Petrus aber saß draußen im Palast, und es trat zu ihm eine Pracht und brach. Und er war es doch mit, in Jesu bloß all die Wir. Er leugnet aber von ihnen allen und brach. Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber zu Türen hinausging, er sah ihn eine andere Pacht und brach zu denen, die da waren. Dieser war ein Gott mit dem Jesu von Nazareth. Und er leugnete aber mal kurz vor dazu. Ich fände es fälschen nicht. Und über eine kleine Weile traten hin zu die da stunden und sprachen zu Petrus. Gott, du bist auch keine von denen, denn keine Sprache verlebt dich. Nach Nube an sich zu verfluchen und zu spüren. Ich kenne es fälschen nicht. Und als Handklähe der Haar. Da dachte Petrus an die Worte Jesu, da er zu ihm sagte, »Ehe der Haar. Und die Haar. Dann hieß, wirst du dich einmal verleuten, und ging heraus, und weinete bitterlich.« Erwärm dich, mein O herrer Gott, nach deinem großen Herzlichen Leid. O schaff, nach deinem großen Tat, ich erkenne mein Söhne und ist mir leid. O leil ich dir böse, der Gott, nach deinem großen Tat. Du bleibst der Licht, ob du teilst mir. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!